So, siehste mal, so richtig das, was wir haben wollten, haben wir nicht gekriegt, zumindest mal nicht auf den ersten Blick. Schauen wir es uns mal genauer an, was die Märkte gekonnt haben, wie das aktuell aussieht und wie wir damit umgehen. Bleiben wir mal im 4-Stunden-Chart erstmal, um diesen tollen Anstieg hier nochmal zu sehen. Ich gehe nochmal in der Zeit ein bisschen zurück, ihr erinnert euch, am liebsten wäre mir eigentlich gewesen, wenn wir irgendwie sowas hätten, denn das ist das klarste, oder von mir aus auch noch ein mehr, das klarste, das einfachste Bild, dann hätte man das Zwischenhoch hier nutzen können für einen Einstieg, um dann entsprechend long zu gehen. Ja, das ist ja ein schöner Plan gewesen, Rüdiger, ist aber nicht ganz aufgegangen, der Kurs ist ja weiter nach oben gelaufen, könnte man jetzt sagen, völlig zu Recht. Denn tatsächlich, dieses Bild ist nicht passiert, dementsprechend ist aber auch nicht dieser Trigger und es ist eigentlich nicht großartig etwas passiert. Hätte man da jetzt schon irgendwie long gehen sollen, gehen wir mal ins kürzerfristige Bild. Das ist hier parallel, was ihr hier seht im 4-Stunden-Chart, etwas höher auflösend im 5-Minuten-Chart. Und ihr seht, der Rücksetzer ist nicht ganz tief gegangen, nicht so tief, wie ich mir das idealerweise wünsche. Eigentlich hätte ich ja gesagt, in diese Kiste rein, hat er nicht erreicht. Deshalb ist das für mich keine Long-Situation. Natürlich kann der Kurs trotzdem weiter nach oben gehen, aber für mich als Händler ist immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht ganz so hoch, wenn das so aussieht. Ich zeige euch gleich ein Szenario, was ich mir ebenfalls nämlich noch vorstellen kann. Deshalb hier nicht einfach irgendwie pauschal long gehen, zumal diese Abwärtsseite sehr zart, dreiwellig aussieht. Ich mag das lieber, wenn das so ein bisschen krasser aussieht. Irgendwie sowas, dann kann man sagen, hier. Oh, das ist so zart hier mal Päuschen. Ich übertreibe es sogar noch mit der Zeichnung. Das ist hier so, zock, zock, irgendwie sowas. Ne, also das würde ich jetzt nicht als Korrektur sehen. Also ich bin gedanklich und auch faktisch nicht long in dieser Situation. Ja, aber was kann man denn jetzt machen aus dem Ding? Naja, es ist immer noch nachträglich, auch immer noch möglich, dass der Kurs ja immer noch in diese Kiste reinfällt. Also, dass der Bereich da so angesteuert wird. Viele denken jetzt an eine, völlig zu Recht übrigens, an eine Seitwärtskorrektur. So sehen Seitwärtskorrekturen aus. Nochmal zur Erinnerung. Seitwärtskorrekturen sehen so aus. Der ist höher. Oder so aus. Der ist höher. Oder eben so aus, wie wir es hier haben. Also im Wochenchart macht es uns der Kurs hier vor. Aber im 4-Stunden- oder Intraday-Chart sehen wir das. Das wäre denkbar, ohne das Pinnökelchen hier so. Dass wir das hier bekommen. Und anschließend eine Aufwärtsbewegung. Der einzige Nachteil ist, in diesem Fall haben wir nicht so eine einfache Trigger-Befindung. Weil Trigger ist ja typischerweise so das letzte Zwischenhoch. Das wäre hier. Aber das ist der höchste Punkt. Und viele von euch haben noch in den Ohren klingen, dass ich immer wieder sage, nicht am höchsten Punkt reingehen. Man kauft nicht gerne zum allerteuersten Punkt. Und das ist in dieser Aufwärtsbewegung der teuerste Punkt. Ja, da steige ich ungerne ein. Genauso wie ich hier oben nicht einsteige. Weil sehr gerne eben genau das passiert, dass er sowas überschießt und anschließend wieder nach unten geht. Ja, ihr hört, dass ich das immer wieder erzähle zu verschiedenen Zeiten. Also damit müssen wir halt rechnen. So, das heißt, jetzt ist er blöderweise oder schönerweise in der Bringschuld. Er muss diese Abwärtsbewegung bringen. Er muss irgendwie in diese Kiste rein. Das nützt alles Heulen nichts. Warum misst du jetzt von da nach da? Ja, das hat was mit den L jetzt zu tun. Ich mache es mal ein bisschen größer. Also diese Box, die habe ich noch von gestern. Von dem tiefsten Punkt zu diesem hin. Nehmen wir mal an, es ist hier die Korrektur. Und die sieht wirklich so aus, wie ich das hier mal angedeutet habe. Also so eine Seitwärtskorrektur. Dann ist das das Ende der Aufwärtsbewegung. Und dementsprechend wäre diese Zeichnung richtig. Jetzt machen wir uns nichts vor. Es gibt viele Fibonacci-Freunde, die kennen die Elliot jetzt gar nicht. Ja, aber wie sollen die denn dann den richtigen Bereich finden? Ja, das können sie theoretisch nicht. Aber wenn ich jetzt diese Linie hier mal einzeichne, wo genau ist jetzt der Unterschied? Ah ja, ein paar Millimeter höher. Der Tenor, dass der Kurs aber hier nochmal reinfallen muss, ist das Gleiche. Egal, ob ich jetzt als Elliot-Wellenfreak mir das angucke, als Fibonacci-Freund angucke oder was weiß ich was. Die Idee ist, dass wir nochmal irgendwie da hingehen. Also ich würde mal grob sagen, 3730. Die würde ich schon gerne nochmal sehen. Und wenn der Kurs ein bisschen tiefer geht, wäre es auch in Ordnung. Nur nicht zu tief. 3660 beispielsweise. Da fängt das dann an, wo ich so, wirklich nochmal so tief? Was habt denn ihr vor? So, jetzt sind wir dann vielleicht in diesem Rücksetzer. Aber jetzt haben wir gesagt, da oben ist ja kein sinnvoller Trigger. Wie komme ich denn dann endlich rein in die Position? Und da gehen wir wieder auf das kleine Bild. Stellt euch vor, der Kurs macht jetzt hier irgendwie so eine Abwärtsbewegung und geht dahin. Jetzt habe ich es ein bisschen zu groß gezeichnet. Aber er geht dann nochmal runter. Ist ja denkbar, dass das hier heute im Laufe des Nachmittags passiert. Das kann so aussehen. Kann auch dreiwellig hier sein. Das ist erstmal nicht das Relevante. Aber dass wir in diese Kiste reinlaufen. Wenn er das tatsächlich tut hier irgendwo, dann haben wir den neuen Startpunkt hier. Und wenn der im Startpunkt 15 Minuten Chart, 5 Minuten Chart, sucht euch irgendwas aus, Schub hoch, macht wackelig. Würde ich also nicht hier versuchen, long zu gehen. Das ist für mich kein guter Einstieg. Sondern würde ich versuchen, diese Zwischenhochs zu nutzen. Und dann sagen, hey, wenn ich diese Erwartungshaltung habe, ja, dann bin ich doch auch schnell in der Erwartungshaltung im größeren Bild. Das heißt, der Trade wäre dann im kleinen Bild vielleicht aufzubauen. Aber im größeren zu traden. Wir wissen ja, der erste Anstieg nach der Korrektur, danach nochmal. Also vom kleinen ins große. Ich würde also gar nicht so sehr auf eine enge Gewinnmitnahme pochen. Vielleicht eine Teilgewinnmitnahme, um schon mal ein bisschen was abzusichern an Risiko. Aber eben auch was offen zu lassen. Denn denken wir dran, das was wir vorne haben, und das ist noch zu kurz gezeichnet, was wir hier vorne haben, Das kommt ja hier hinten gerne nochmal. Und dementsprechend hätten wir sogar noch eine Menge Potenzial. Aber ihr seht, wenn ich ehrlich bin, ich hätte das schon gerne, dass er da nochmal runter geht. Ja, und was ist, wenn er jetzt ohne uns dann steigt? Dann habe ich Pech gehabt. Das ist doch unzumutbar. Naja gut, das ist jetzt wieder Geschmackssache. Ich verpasse häufig mal was. Das könnt ihr so oder so sehen. Ich finde es aber nicht so schlimm. Was zu verpassen, finde ich weniger schlimm, als zu viele doofe Trades zu machen, die dann ja einmal Geld kosten. Verpassen kostet erstmal kein Geld. Ist nur schade erstmal drum. Aber das ist von der Seite aus dann nicht ganz so dramatisch. Und dementsprechend muss ich sagen, verpassen fände ich nicht so schlimm. Und wir haben ja eine weitere Chance. Wenn es beim S&P nicht so sauber aussieht, könnten wir zum Beispiel beim Nasda gucken. Das grobe Bild ist hier das gleiche. Es könnte jetzt übrigens sein, dass der Kurs einfach nochmal ein bisschen weiter steigt. Und wir vielleicht im Nachhinein, das kann ich euch jetzt nicht sagen, vielleicht sogar das so angucken würden. Irgendwie so ganz grob in dieser Art. Ja, aber was ist der Unterschied? Auch dann erwarte ich das. Auch dann erwarte ich, dass er in diese Kiste zurückfällt. Nur dann eben von den neuen Hochs ausgemessen. Das heißt, ich würde Tiefpunkt nehmen, den dann vorliegenden Hochpunkt, wo auch immer der liegt. Ich habe ihn jetzt ein bisschen höher mal gezeichnet und dann diese Kiste, dass er da eben reinläuft. Also das heißt, selbst wenn ich hier falsch liege mit dieser Idee, ich warte halt, bis er die nächste Schwäche. Im Moment ist ja immer noch die Aufwärtsseite relativ stark. Ich brauche also diesen Rücksetzer. Und wer jetzt reingeht, hat natürlich Glück, wenn der Kurs jetzt aus der Hüfte geschossen ansatzlos läuft. Das kann sein. Aber wir denken immer dran, dass früher oder später eh so ein Rücksetzer kommt und dann kriege ich es günstiger und kann auch günstiger stoppen. Habe also auch ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, eventuell bin ich dann zwar teurer reingekommen in den Markt, habe aber mehr Wumms, weil ich durch den engeren Stopp eine größere Position fahren kann. Das vergessen viele. Die sagen, ja, aber da bin ich doch günstiger reingekommen. Ja, aber es ist halt schwieriger vom Chance-Risiko-Verhältnis. Die Preishöhe spielt nicht die große Rolle beim Traden, wirklich nicht. Ansonsten würde man sagen, nee, nee, Nasdaq kannst du nicht mehr handeln. Der stand früher mal bei 2.000, da ging das. Aber jetzt steht er bei 11, da kann man den nicht mehr handeln. Natürlich, ich handel den auch bei 50.000, wenn er eines Tages steht. Bei mir geht es um Differenzen, um Preisdifferenzen, dass ich sage, ja, guck mal, es sind noch ein paar hundert Punkte oder tausend Punkte oder dutzend Punkte, je nachdem, welche Zeitebene ihr seid, die sind dann noch drin. Das Bild ist beim Dow Jones natürlich relativ ähnlich. Das wäre Wunsch gewesen. Jetzt müssen wir gucken. Die Logik ist aber die gleiche. Also vielleicht der Rücksetzer nach wie vor in dem Bereich 29.700. Sagen wir 800, sollte er aber zumindest mal so sehen, dass er da noch mal reinfällt. Fände ich ganz hübsch. Kann auch ein bisschen tiefer sein. 29.300, irgendwie sowas in der Richtung. Je wackeliger er es tut, desto zufriedener bin ich eh, weil dann habe ich hier umso mehr die Idee, dass wir hier irgendwelche Entry Trigger haben. Und im Zweifelsfall natürlich immer, wenn wir wieder einen Start haben, was Wackeliges runter, um dann entsprechend hochzugehen. Wackelig oder dreiwellig eben alternativ. Also, obwohl der Kurs jetzt sogar ein bisschen weiter noch gestiegen ist, so super begeistert jetzt noch da aufzuspringen bin ich offensichtlich nicht. Ich würde jetzt mir eher wünschen, dass der Kurs sagt, ich gehe noch mal einmal runter. Dann sind wir nämlich tiefenentspannt, haben einen echten, richtigen Einstieg wieder, den wir dann finden können. Und das wäre mir dann doch lieber als die Geschichte. Und selbst wenn ihr es jetzt verpasst oder wir oder ich, vielleicht macht ihr ja was, aber ich verpasse es, früher oder später kommt auch dieser Rücksetzer, genauso wie dieser Rücksetzer kam. Und dann habe ich eine neue Orientierung und eine neue Idee, da entsprechend einzusteigen. Für den DAX-Index, das Bild grob das gleiche. Beim Index haben wir so ein bisschen hier das Gemauschel hier vorne, weshalb so ein wenig die Frage ist, ob das vielleicht nur so eine vierte Welle ist, also das Pendant zu dieser Geschichte, dann die fünfte kommt. Insgesamt ändert das aber an dem generellen bullischen Eindruck nichts. Also ich finde dieses Gesamtbild gut. Die einzige Frage ist, ob wir nach diesem Fünf-Fälle, den ich jetzt hier mal so angedeutet habe, vielleicht sogar noch mal vorher eine größere Korrektur haben, bevor es dann weitergeht. Das halte ich für sehr realistisch. Also ihr seht, in keinem der Märkte bin ich jetzt super kaufgeil, um es mal so zu sagen. Was ihr allerdings machen könnt, wenn ihr Intraday unterwegs seid, guckt ihr mal im 5-Minuten-Chart, ob es dort eine starke, überlappungsfreie Bewegung in die eine und eine korrektive Bewegung in die andere gibt. Einfach gucken, ist das korrektiv? Das heißt, überschneiden sich hier die Gegenbewegungen? Da würden wir wahrscheinlich sagen, ja, und spätestens wenn der Kurs hier jetzt noch ein bisschen tiefer geht, haben wir hier die Überschneidung. Das heißt, das wäre ebenfalls ein Indiz. Denkt noch mal lieber in die Short-Kategorie. Das war zwar hier auch nicht optimal, allerdings hatte ich ja schon angedeutet, naja, wenn ich die vergleichen soll, vergleich einfach, welches ist die stärkere Richtung? Da würde ich im Moment sagen, also spätestens wenn wir da durchgehen, ist es wohl die Abwärtsseite. Wäre vielleicht sogar ein Nachmittags-Short-Trade noch mal drin in die von mir genannten Zonen auf jeden Fall. So, in diesem Sinne, ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterhilft. Ich wiederhole viele Sachen. Immer wieder, naja, es ist wie immer in jedem Beruf, der Bäcker macht jeden Tag die gleichen Brötchen, aber weil er sie so gut kann, funktioniert das für ihn. Ob das natürlich jedes Mal beim Traden gut geht, ist eine andere Geschichte, aber dieses Grundprinzip, das ist doch immer wieder zu erkennen und dementsprechend auch regelmäßig nutzbar. Ich hoffe, dass ihr diese Situation mit eigenen Augen mehr und mehr auch wieder findet, aber keine Sorge, ich werde euch hier mit Material versorgen, dementsprechend euch alles Gute und liebe Grüße.